Okay, dann mal ab nach oben. Alter, was ist das hier? Hier, hier ist noch eine Info. Wo? Bin ich schon dran? Ich habe hier keine Info. Biwak am Mystic Peak. So, jetzt geht's raus. Nee, von wegen raus. Ja. Sind wir wieder in dem Kessel da, ne? Ja. Scheiße, wo ist die? Hier sind unsere Türen, ne? Naja. Jetzt nicht wieder da lang gehen, aber da sind wir schon gewesen. Weiß nicht, ob wir hier mal lang gehen sollten. Kommt zu da nicht. Nee, jetzt zu. Wie kommen wir hier raus? Also hier ist eine Öffnung. Da. Da waren wir auch noch. Oder das sieht alles so ähnlich aus, ne? Hier ist eine Öffnung und da hinten ist eine Öffnung. Ja, das sieht nicht nur alles so ähnlich aus. Das sieht alles gleich aus. Und hier dreht sich irgendwo eine Drohne. Sollen wir mal hier versuchen? Da sind wir doch lang gelaufen. Und da kamen wir doch. Aber hier ist die Drohne. Dann komm. Na, lass doch nicht mehr. Ich mach auch noch. Na. Warum gehst du jetzt wieder runter? Weil hier eine Kiste ist. Die ist noch weiter unten in die Kiste. Aha. Aber wo ist die jetzt schon wieder? Ich bin hinter euch. Ja. Da sind wir reingegangen schon. Da waren wir drin. Jetzt ganz runter? Runter und dann auf die andere Seite. Da war auch noch eine Trappe. Lass ich mir die vorgehen. Ja, gut. Ich will nicht schon wissen, wo es lang geht. Ich weiß es auch nicht. Jetzt gehst du wieder nach oben, oder was? Ich guck mal. Hier noch eine Öffnung ist, aber hier ist keine Öffnung. Geh hin. Warte mal. Das war die Kiste, Mensch, Leute. Oh. Okay, dann mach mal. In August. Das war es, oder? Ich muss nur gucken, dass wir irgendwie hier ungeschadet rauskommen. Am besten so, wie wir reingekommen sind. Ja, und wie war das? Ja. Ich versuch's mal. Ich find mal wieder. Komm, wir laufen in der Meme im Hinterher. Jo. Ich versuch's mal. Wir müssen auf jeden Fall wieder in den großen Raum. Warte mal. Das ist jetzt hier nur testweise. Du bleib mal hier. Nee, hier ist Kissenraum. Hier waren wir nicht. Nee, wir müssen noch mal... Nach oben? In diesen großen Raum, wo wir gerade waren. Dann müssen wir hier nach oben. Dann müssen wir den anderen Gang nehmen. Kommt. Was mich so ein bisschen irritiert, ist einfach... Wir gehen mal hier lang. Ja, wollte ich grad sagen. Jetzt mal nach oben. Und dann würde ich mal rechts runter gehen. Mhm. Hier sind wir. Genau. Das ist der große Raum. Hm, Moment. Und jetzt sag mir, wohin. Ja, wartet. Oh, scheiße, wir haben uns total verlaufen, glaube ich. Ruhig. Ich guck mal hier alles gerade ab. Warte mal. Lass mal mal ein Dröhnchen steigen. Kommt mal zu mir. Lass mal mal ein Dröhnchen steigen. Kommt mal zu mir. Also, ich hab einen Ausgang. Ja, echt? Wo bist du denn? Ja. Ich bin hier. Bleib mal hier stehen. Oder warte mal, ich geh mal hier die Treppe nochmal hoch. So, kommt mal hier hin. Aber der Hox ist noch nie da. Der Hox ist noch nie da. Zugführer, kommen Sie hier. Hier ist er. Gehen Sie mal da durch. Wo durch? Hier. Runter. Geh mal den gelben Streifen nach. Ja. Genau, immer dem gelben Streifen nach. Und dann haben wir hier hinten einen Ausgang. Zwar nicht den Ausgang, sondern einen anderen Ausgang, aber einen Ausgang. Das ist der Hauptausgang. Und hier sind noch Gegner. Drohnen. Und die machen wir weg. Genau. Das ist die richtige Einstellung. Schönes Auto haben wir hier. Das ist halt ein BMW oder Mercedes oder was soll das sein? Oh, scheiße. Wo? Alter, wo kommt's? Alter. Was ist denn das? Fahrzeug? Scheiße. Genau. Ach Gott. Haben Sie Raketenwerfer? Ja, aber wo ist der? Ja, Miri, wenn du da hinten stehen bleibst, dann siehst du die nicht. Ja, ich muss so ein bisschen hinter der... Der glitscht ein bisschen rum, würde ich mal sagen. Ja, ich sag. Der kommt jetzt in seine Richtung. Der wollte ihn in seine Richtung kommen. Komm, hol uns. Habe ich das gut gemacht? Das hast du sehr gut gemacht. Ich muss ja erstmal mal ein bisschen in Deckung bleiben. Ich kann ja nicht einfach so... Ich hole den Finch, geh weg. Oh, du machst schon. Ich bin schon halb dabei. Wenn dann mache ich ganze Arbeit. Dankeschön. Gute Arbeit. Danke. So hier, dann dürfen sie zuerst auch das Grüne hier einsammeln. Ich habe nichts Grünes. Ich habe nur hier die Klamotten voll. Ich habe gar nichts. Ich habe hier was grünet. Ich habe es eingesammelt in neue Schmüchen. Jetzt ist die Frage. Wo gehen wir lang? Wenn wir hier hochgehen, warten Drohnen auf uns. Wenn wir da langgehen, warten Wulfs. Ich glaube, wir machen eher die Wulfs weg, oder? Ja. Ich muss mal eben kurz eine Spritze nehmen. Okay. Also. Dann würde ich mal sagen, go, go, go. Wo sind die Wulfs? Ja, die holen wir uns jetzt. Jetzt sind die in der Menge. Ja, die warten alle schön draußen. Die warten genau darauf, dass wir hier rauskommen. Haltet euch... ...bedeckt. Hi. Es sind welche rechts und links. Hm. Müsst du mal meine Drohne schmeißen, aber... Hm. Mache ich auch. Ich schicke die mal. Da ist einer. Hier sind zwei. Seht ihr gar nicht durch die Wände. Ich hab's aber markiert. Da ist einer, ein Scharfschütze. Und da ist einer. Die sind genau über uns. Ja, ist locker. Kriegen wir locker weg. Über uns? Ja, die kriegen wir locker weg. Die sehen uns hier nicht, wenn wir hier rauskommen. Okay. Schick mal deine Drohne hier raus. Dann siehst du die. Komm mal raus mit deiner Drohne. Da ist einer, ja. Hier sind zwei... Drei Stück sind hier oben. Ja, die stehen... Da hinten ist noch ein Scharfschütze. Da hinten ist auch noch einer. Da ist ein Auto und da sind die beiden Drohnen. Ja. Die stehen mit dem Rücken zu uns. Die zwei kommen auf jeden Fall sofort mit dem Scharfschützengewehr wegmachen. Komm, wir machen das hier. Warte doch! Ja. Die stehen noch mit dem Rücken zu uns. Das sind drei, Mann. Ja. Rechts von... Also jetzt auf deiner linken Seite. Ja, aber die rechten, die stehen noch mit dem Rücken. Die können wir schön... Aber die Drohnen sind doch auch noch da. Weil sie sehen dich nicht. Nee. Die sieht nix. Die Drohnen? Die sind keine Drohnen. Natürlich sind die Drohnen. Da sind die Drohnen, okay. Komm, wir nehmen die beiden Typen hier. Das sind drei. Hier sind zwei. Einer steht ein bisschen weiter hinten. Das sind drei. Ich sehe hier nur zwei. Rücke zum Angriff vor. Miri, das sind drei. Schick endlich deine verschissene Drohne los. Einer steht weiter hinten rechts. Den kann man... Da, wo ich jetzt hier bin. Kommen Sie mal zu mir. Bei drei, los. Los jetzt, komm. Bei drei. Welchen denn? Ja, ist doch scheißegal. Tschüss. Okay. Oah. Die anderen sehen uns. Die Drohne ist fast tot. Fast. Eine Drohne ist down. Und die zweite. Die Drohne ist outbound. Zauber. Ein Scharfschütze doch. Kommt hoch. Gute Idee? Naja, ein bisschen gewagt, ne? Da ist noch ein Scharfschütze. Kein Sieg ohne Risiko, oder wie heißt das? Naja. Du kannst auch überträumen. Okay, vorsichtig. Da ist noch ein so ein Vogel. Der ist hinterm Berg. Der ist hinterm Berg. Okay. Wir müssen über den Berg. Ich sammle mal ein bisschen was ein hier. Da ist noch ein Scharfschütze. Ja, ich guck mal einen. Den hab ich. Ich dachte, sie haben den. Haben Sie ruhig. Super. Das hat eine schöne Position. Trifte nicht. Haben Sie sich mal auf und geschossen, was Sie nicht sehen? Ich habe ihn getroffen. Der da oben nimmt, das treffe ich auch. Der ist schon weg. Ich sammle mal ein bisschen was ein hier. Nee, 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 nee. Was, ein Einsatz? Leute, wir haben es aber geschafft. Ist das nicht geil? Wie stimmt? Wenn eine Drohne kommt und ein Heli hinschmeißen. Ja. Da ist noch was blaues. Ich sammle das gerade ein. Da muss ich mal eben auf den Kameraden hier springen. Und eingesammelt. Und wieder einen Helm. Das muss man gucken, was wir mal gekriegt haben, ne? Ja, das stimmt. Aber komm erst mal her. Ah ja, Fingy, du bist ja schon da. Die Mrs. 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 Miss. Die Mrs. Miss? Was? Mrs. Miss. Ich lege mich mal schon mal hin. Warum? Wenn eine Drohne kommt. So, dann gucken wir mal. Wir haben einiges bekommen an Klamotten. That's right. Nur keine Anziehsachen, nur Knarren. Ein bisschen affig, wenn ich so. Da ist die Mrs. Die Mrs. Miss, 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 Miss. Hallo, Mrs. Hallo, Mrs. Äh, hallo. Jetzt ist die Mrs. Miss, Miss, Miss. Ja. Das ist sehr schön, dass die Mrs. Miss ist. So, dann gucken wir mal, was wir alles Schönes gedroppt gekriegt haben. Oh, Handschuhe. Aber die habe ich schon in 107. Oh, die nehme ich doch mal. Schon bin ich eine Stufe höher. Guck mal, wo schnell geht's. Oh, ne, die nehme ich nicht. Scharfschützengewehr könnte ich ein starkes Gebäude. Ich habe nur eine Pumpkin. Eine Pumpkin? Ah, eine Pumpkin. Dann wollen wir mal gucken, wann haben wir... Mein Gott, macht das doch hier, Mann. Oh, zwei Fertigkeitenpunkte habe ich zusammen. Ich habe, glaube ich, drei mittlerweile. Werden Sie Waffen beim Gans Miss auf MK2 auf, um sie zu verbessern und anzupassen? Aha. MK2? MK2. Im Gans Miss. Im Gans Miss? Ja. Ja. Verbrauchsgüter sind 50% billiger in Marias Laden. Sturmgewehr, da ist natürlich eine Brum, 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 ne? Eine Brum, Brum? Ja. Ich mache mal die Waffen. Ich mache mal MK2. Komm, ich mache das. Dann sind sie stärker. Paff. Oh, da brauchst du vier Punkte für die nächste Stufe. Leck, guck, ne? Okay. Ach, scheiße. Schnauze. Ich habe mich vertan. Verdammt, Mist. Außerdem, die Silberbacks können wir nicht gebrauchen, weil das eine Schrottflinte ist. Ja, weil die ist eine Bombe. Achso, die haben wir ja auch gekriegt, aber die ist nicht so stark, ne? Hm. Richtig. Das ist richtig. Aber es ist eine Spezialbombe. Ja, ist die Silberback. So, dann nehmen wir jetzt mal hier das Sturmgewehr. Dann wechseln wir jetzt gegen die Auguste hier. Die mache ich mal im Gans mit Schwedig. Okay, ich habe es aber trotzdem mal favorisiert. Scheiße. Ist das ein Sturmgewehr? Leichtes Maschinengewehr. Ach, scheiße. Ist egal. Ich gucke mal eben kurz auf meine Fertigkeiten. Drei Punkte habe ich. Drei Punkte vergeben. Ah. Was nehmen wir denn da? Suchen Sie was aus. Die Auswahl ist nicht gerade klein. Five Points. Ich gucke schon mal wegen der nächsten Mission, was wir da hätten. Der Schism wäre ein Ziel. Der hat ein Ausrufungszeichen. Schism. Was ist denn die? Der Karl Schism. Der Schism. Der Schism. Sicherheitsprogrammierer von Skeltek. Entwicklung des Drohnen-Hintertürprogramms. Hinterlader. Aufhalten. Adrenalin. Ne, dann ich bin ja kein so ein Stürmemensch. Technik Labor. Oh, was ist das? Neh mal den Bergsteiger, nehme ich nochmal. Ich fasse mal eben an. Allein, Alter. Ich habe meine Punkte alle verteilt. Das regnet, scheiße. Bitte? Es regnet. Sagen Sie denn so was jetzt? Ja, weil es regnet. Verstehen Sie das denn nicht? Ne. Mann, es regnet. Hören Sie auf. Kann ja nicht sein. Doch, es regnet gerade im Spiel. Hier ist trocken. Ja, wahrscheinlich. Wo regnet das denn? Bei mir regnet das. Ja, was haben Sie schon wieder geraucht? Also wirklich. Geht's ihm scheiß weg an. Schon wieder eine Ladung genommen, ne? Aber was für eine, haben wir so. Psychodeliker sollen Sie sein lassen. Das ist nicht gut. Was gibt's Ihnen nicht? Ich habe ein Werbebild freigeschaltet. Jetzt erst? Wow. Also der Schism wäre jetzt die nächste Mission. Schism? Machen wir mal. Muss man eine anheften, ihr wollt? Soll ich einen Heli holen? Was halten Sie davon, Herr Hoxsen? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, spiele ich eben den Heli und dann Pause. Schism. 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 Ich habe keine Ahnung, wo der steckt. Wo steht der denn? Camp Wiesel. Aber wir brauchen... Was? Achso, Camp Wiesel. Hier wird mir aber nichts angezeigt, ne? Frau Leintchen. Was denn? Was denn? Ja, hier wird mir nichts angezeigt. Was meinen Sie? Ja, dass mir nichts angezeigt wird. Ein Biwak? Oder was meinen Sie? Wir haben überhaupt nichts angezeigt. Keine Mission, kein gar nichts. Ja, ja, die müssen wir dann ausbilden. Muss ja noch aktivieren. Da hat er recht. Ja. Ich frage ja auch erstmal, ob ich nur einen Heli holen soll. Dann können wir den hier landen und dann... Ja, wenn Sie das möchten. Was sagt der Erfindung? Ja, dann... Bauen Sie ab. Dann holt Sie mir mal einen Heli. Sie sind ja noch hier. Genau. Und wo kann Schneelichtgang gerannt werden? Ich bin ja schon on the way. Lecker. Swizzle, Wizzle. Swizzle, Wizzle. Camp Wiesel. Was? Aufnahme läuft, ne? Ja, sicher. Bis ich den Heli geholt habe. Gut, genau. Dann machen wir den Schlüssel Wiesel. Verstehst du, was ich meine? Oh, da hinten steht die Scharfschütze. Wo? Da oben. Ja, ich sehe ihn. Da muss ich doch noch mal machen. Er macht mir den Landebereich frei, wenn ich gleich komme. Bist du bereit? Mhm. Dann warte mal. Ich gucke mal, ob ich den ein bisschen anvisieren kann. Da kommt noch einer hoch. Ja, das ist schön, dass der da ist. Aber ich kann, guck mal, okay, ich würde mal sagen, go auf den Scharfschütz. Ja. Und go. Zack, der andere ist er weg. Das hast du wunderschön gemacht. Dankeschön, Herr Hoogsten. Ich könnte fast sagen, dass ich stolz auf dich bin. Wurde etwa lila nicht droppen lassen. Dann sehe ich von hier aus nicht. Nicht dahin rennen. Wie lange willst du noch unterwegs sein? Da fliegt noch weiter. Dann ist wieder zurück, ja. Hast du gut gemacht? Danke. Schiesel sie. Schiesel sie. Danke. Ganz schmiedig. Ganz schmiedig. Heili. Scheiße. Das ist Nummer zwei. Ja, das stinkt. Nee, passt nicht. Bitte? Okay. Komm hier mal da zum Heli. Schlüsselbisschen. Ich bin, glaube ich, sowieso dran, ne? Ich glaube, du bist dran, ja. Aber erst mal machen wir sammeln hier vor, Meli, ne? Das denke ich mal. Und dann geht's zum Schlüsselbisschen. Genau. So ein Schissim. Schiss, Schiss, man. Wer schießt denn da? Ja, der Finchi kannst du da nicht lassen, der Zuckung. Warte mal da hinten, warte mal. Ja, das habe ich gerade erledigt da hinten. Da ist nämlich was mit dem Würfel. Darf ich dir mehr deinen Würfel nehmen? Oh, du arme Schwein. Obwohl, 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 warum schießt ihr den Ziegenbock ab? Ich weiß nicht. Ich darf nicht, weißen Sie? Oh, 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 oh. Warum sieht man da? Oh, oh, ich habe Eisbeine. Ja, das sieht man. Ich habe Ihnen gesagt, gehen Sie zum Arzt. Na ja, Leute, ihr habt es gehört, sie hat Eisbeine. Schauen Sie uns das mal genau an. Gucken Sie sich das an. Sind das Eisbeine, Leute? Ich drehe mich lieber um. Das sind Eisbeine. Guck dir das mal an. Kackstelzen hier. Das heißt, ihre Froschschenke oder? Das sind aber zarte Froschschenke. Und wie das hier weitergeht, Leute, das seht ihr bei der nächsten Folge. So sieht es aus. Also macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.